ja hier sind wir auch schon wieder mitspiel 281 sehr wahrscheinlich zumindest namens wie incredible crash dummies jo dan mal wieder ich weiß dass wir uns heute schon gelesen haben habe ich nicht vergessen hier genau das ist eine mini spiel collection die allerdings gar nicht mal so leicht ist ich würde sogar sagen sie ist eher schwer aus den falschen gründen sie ist eher unfair ich habe schon häufiger dieses spiel mal eingeplant gehabt dass ich spielen möchte deswegen habe ich hier und da schon mal ausprobiert ich habe mir im vorfeld das halte ich kurz die kamera aber das werdet ihr natürlich wieder nicht erkennen können hier habe ich mir ein paar anmerkungen gemacht sieht man nicht ist auch egal ich habe mir ein paar dinge aufgeschrieben die mir vielleicht helfen dieses spiel zu überleben denn es ist so man muss hier arbeitswochen überstehen und also ja doch jeder werktag zum montag bis freitag steht für ein mini spiel und man hat fünf leben am anfang um alles zu schaffen das heißt muss 20 mal gewinnen und das wird immer schwerer und wenn man keine leben mehr hat dann geht es von der ersten woche wieder los man hat keine continuous und nix das macht es ein bisschen schwierig so und ganz ehrlich im stream eine mini spiel collection zu grinden ist nicht besonders spannend deswegen versuchen wir es jetzt maximal eine stunde denn sonst werde ich verrückt ja man kennt die crash dummies crash test dummies heißen ja auch manchmal das gab es glaube ich auch von subantendo da war es aber ein anderes spiel meine ich früher gern gezockt ist dein ernst für ein gameboy ich finde das spiel echt schlimm aber gut wir schauen mal was mache ich jetzt timer starten stahl gibt ja auch high scores wenn wir es schaffen sollten das spiel durchzuspielen dann haben wir auch glaube ich automatisch die high score ich glaube dass da kann man gar nichts falsch machen genau player one live five day one difficulty easy das ist weil wir in der ersten woche sind jetzt habe ich da unten nicht gelesen ist aber auch egal die erste woche ist easy zweite woche ist dann irgendwie normal die dritte woche ist hart und die vierte woche ist dann irgendwie so ultra hart also wir müssen sowieso jeden schwierigkeit für jeden schwierigkeitsgrad durchspielen quasi ja und hier im ersten mini spiel starten wir ganz oben auf so einem hochhaus und müssen runter springen und dabei möglichst viel schaden anrichten wir können aber auch sterben tatsächlich also das ding ist wir müssen hier aufpassen das gibt hin und wieder auf den fensterbänken ist ein feuer oder auf dem balkon und wenn man da zu häufig getroffen wird dann verliert man leben genauso unten hat man das vielleicht gesehen es gibt so eine so ein ziel ja also es gibt halt ein ziel dass wir treffen müssen wenn wir das nicht schaffen auch leben verloren okay krass ich habe mir hier aufgeschrieben ich weiß nicht ob hier angie dabei ist ich habe mir aufgeschrieben hier bei easy reicht es einfach nur in der mitte zu bleiben mal gucken ob das stimmt ich würde jetzt getroffen ist aber auf easy noch nicht schlimm okay das war das war nicht so schwer wir haben es geschafft man kriegt nach jedem arbeitstag kriegt man geld und ja das ist aber nur für die highscore wichtig so zweiter tag slick today you have to smash test new car air bumper pick up the air cans because the airbump the air bumper is a bit flat genau montag früh erst mal vom hoch aus springen ich weiß nicht ob das eine unterschwellige message hat message trägt so hier habe ich mir aufgeschrieben immer rechts bleiben da gibt es auch ein leben so war schon wieso ich schreib mir auf immer rechts bleiben und fahr nach links das ist natürlich auch clever von mir hier war das leben es geht auf zeit der wir gleich keine mehr haben aber ich bin auch auf easy und im grunde ist es echt so am tag 5 das ist halt richtig richtig wild so tag 3 slick your job today is to test out a new ski slope try and hit as many flags as possible but you must hit 15 to complete the job die dummies hat uns echt nicht so leicht ja aber ich weiß gar nicht mehr wie wo sind die denn woher kamen die denn waren die in irgendeiner werbung oder so dass wer wie wurden die bekannt ich will auch jeden tag geld aber es ist nicht viel geld ne was was habe ich gerade eingesammelt 10 dollar oder so ja das ist genau was woher kommt das franchise ja aber die hießen ja nicht die hießen die hießen die hießen die hießen doch nur crash test dummies oder und nicht die incredible crash test dummies da gab es irgendwie so ein comic oder sowas ich war letztens beim tierarzt und da lief die arztherferin so flink an mir vorbei dass ich auch zu ihren jungen gesagt habe und sie hat mich missverstanden und mir auch zurück oh ja richtiger ferry hier der joggel ok für level 3 habe ich mir nichts aufgeschrieben hier muss man einfach nur überleben die steuerung ist halt scheiße sobald man irgendwo dagegen fährt verliert man leben ich habe leider jetzt nicht mitgezählt aber ich glaube das ist nicht so wichtig solange wir gut spielen passt das schon oh nicht gegen die bäume fahren oh ok und das war easy you really know how to keep your cool hier was wir haben nicht viel geld bekommen auf jeden fall wir haben jetzt insgesamt glaube ich in vier tagen in drei tagen 10 dollar verdient das nicht viel taiko toys hat wohl in den 90ern actionfiguren rausgebracht ok das ist so was ein quatsch eigentlich ne 40 bomben müssen wir einpacken naja sinn ist relativ aber ja irgendwie ist es ja das du kannst sachen kaputt machen aber hat man als kind dann wirklich auch wieder den bock gehabt das alles zusammenzusetzen ich weiß es nicht so hier hat man so drei äh äh drei förderbänder und auf denen kommen entweder ähm bomben oder teile von crash dummies und die teile von crash dummies muss man zerkloppen mit b damit weil wenn man das nicht macht dann wird das förderband immer schneller und die brennenden bomben muss man mit a auspusten wenn man das nicht macht dann explodieren die unten und man verliert ein gesamtes förderband und wie gesagt wenn man 40 äh hat dann ähm hat man gewonnen und hier ist es noch sehr langsam aber es kann auch hektisch werden aber auf easy habe ich da eigentlich gar keine schmerzen bin ich ehrlich das sollte zu schaffen sein man kann ja auch mit pause buffering natürlich müssen arbeiten dass man immer so eine pause drückt wenn etwas neues rauskommt und dann kann man halt eben ähm ein bisschen besser reagieren ich glaube das werde ich äh hinten raus auch ähm machen bin ich ehrlich was heutzutage alles möglich ist moin dufti ich hab gesehen dufti du warst irgendwann offline du hast du hast die 24 stunden nicht durchgehalten kann das sein heute morgen als ich aufgewacht bin warst du noch da da warst du gerade bei megaman 4 ja es ist kein besonders gutes spiel ne aber das was wir bisher gesehen haben ist noch das beste das nächste mini spiel ist das was mir das genick brechen wird sehr wahrscheinlich das ist so eine luna länder sache aber du stirbst halt wegen jedem scheiß gut bei luna länder wahrscheinlich auch aber du hast halt keine continuous das ist ja okay ich habe jedoch über so sind durch zu lernen in german da freude sich arbeitstag und 24 stunden streamer doch nicht so gut vertragen er verstehe ich verstehe ich durchaus und 24 stunden gameboy spiele spielen stelle ich mir sowieso ohnehin sehr sehr anstrengend vor das waren real eingesetzte puppen zur entwicklung äh von schutzmaßnahmen in autos und die autoindustrie hat sie regelmäßig zu werbezwecken eingesetzt und zur sicherheit um die sicherheit zu bewerben das kultig um die puppen war nur durch zufall entstanden das mit einem kultigen das ist irgendwie an mir vorbeigegangen ich habe die schon irgendwie wahrgenommen aber ich dachte mir dann auch so als kind so also fand ich he man schon noch irgendwie cooler megaman 4 habe ich noch durchgespielt 5 äh in der dritten stage aufgegeben aber machst du das dann machst du den rest dann noch irgendwann anders oder versuchst du einfach nochmal einen 24 stunden stream irgendwann das sind helden ja im grunde also die sind ja eine gute sache ich frage mich halt nur ob ich da wirklich jetzt ein gameboy spiel gebraucht hätte für so das sind schwieriger was habe ich mir hier aufgeschrieben okay eher schnell nur unten oh das ist zu lang fuck ich glaube jetzt bin ich zu langsam es geht auf zeit und egal wo ich dran komme verliere ich ein leben ich muss ein bisschen schneller glaube ich fliegen ich bin zu langsam ich habe den anfang verkackt muss schneller fliegen jetzt bin ich glaube ich zu schnell da ist es und jetzt ich bin ein ich bin ein okay wir haben easy geschafft Prost Rob jetzt ist difficulty okay ja komm ich mach das leer äh ich weiß es gar nicht Theron aber ich glaube gar nicht so viele äh ich hab ja äh oh halt gedacht wo ist der Sound äh danke für den für die zwei Duden Bits vielen Dank das hast du verpasst aber ich glaube sonst gar nicht so viel ja das war easy äh in der tat denn es war auch der ja schwierig hat es gerade easy du denkst du machst das nochmal ich bin 24 Stunden streamt immer sehr cool zum zuschauen auch wenn es natürlich äh muss man ja sagen als Zuschauer schläft man ja schon irgendwann das ist dann immer so ein bisschen undankbar für äh für den Streamer South Streaming naja das wir haben halt vorhin äh den Spanisch Translator gespielt da musste ich ein bisschen äh Sangria trinken und Zero Master vielen Dank für deinen Follow herzlich willkommen so es geht von vorne los man sieht links unten ne man sieht das das ist jetzt nicht in der Mitte man muss halt gucken wohin man springen muss achso Motoröl als Trink das wäre lustig aber ich das war heute gar nicht so unbedingt geplant dass ich das hier auch noch spiele so hier habe ich mir aufgeschrieben linke Lücke und dann immer so links rechts ein bisschen mal gucken was meine mein Vergangenheits ich mir damit sagen möchte man muss halt Schaden machen am Gebäude warum auch immer wird schon seinen Grund haben und darf aber nicht ins Feuer fliegen ok wir haben auch den Montag auf ok geschafft so was habe ich mir jetzt bei 2-2 aufgeschrieben links bleiben gerne auch etwas langsamer fahren ach ok let's go oh 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 ich bin so dumm ok wir haben jemand überfahren ich weiß nicht genau was das macht also ob das jetzt schlecht ist oder so also in real life wahrscheinlich wäre es schon nicht so cool ich bin langsam ich bin zu langsam oder oh oh geschafft aber du meinst du das sind auch nur dummies weil die sehen irgendwie sehr sehr menschlich aus so ich weiß es nicht genau Motoröl ist eine Art Lakritz Schnaps oh Lakritz mag ich leider auch nicht so sehr alles klar Pinky dann lass es dir schmecken schön dass du da warst und bis zum nächsten mal bis denn dicke dummies äh wo sind wir hier äh elf Flaggen wöhm so jsch msch flug die die und die 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 gab es crash time ist auch für super nintendo ja bin mir ziemlich sicher aber ich glaube da war das normaler plattformer und nicht so mini spiel scheiß aber ich bin nicht hundertprozentig sicher es gab es auf jeden fall auf mehreren plattformen wird es wieder einen stream mit turtle shirt geben ja gut dass du fragst hans es ist gerade in der wäsche aber wird es geben wird es geben ich am wochenende mache ich mich auch wieder und da ist geplant in jurassic park zu spielen und super rc pro m und wir fangen dann an mit donkey kong land 2 da freue ich mich sehr drauf die band zum spiel ja das war der titelsong zum spiel okay wir müssen hier wieder bomben entschärfen wir spielen natürlich auch wieder auf original hardware heute auf dem gb er kommt so leiser heute ausnahmsweise mal keine emulation das spiel hat kein achievement sonst würde ich wahrscheinlich mit emulator spielen scheiße wie viel brauche ich man das soll ich mir vielleicht vorher angucken das nimmt so ein bisschen stress weg wenn ich weiß dass ich kurz vor ende bin aber auch auf dem schuldigkeitsgrad ist es noch eher einfach das ist halt also das hier ist angie abhängig ob meiner sinne ob das irgendwie schwer wird oder nicht kann dann sein dass viele sachen gleichzeitig kommen slamming and jamming ich klinge so viel geld super assi pro m ja aber bei einer super assi pro m werde ich mich auch vorbereiten ich werde mir dort im vorfeld die strecken abmalen um mir einzuzeichnen wo die ganzen sachen sind die wir sammeln müssen weil sonst schaffe ich das nicht aber sowas wie maps malen und so mache ich halt ungern im stream das ist nicht so spannend auch ein bisschen sagt dass du die schädel deiner art genossen zertrümmer hast ich weiß auch nicht mal warum man das macht ehrlich gesagt was ich meine dürfen die nicht in die also gut die sollen wahrscheinlich nicht in die box rein aber platz scheint ja da genug zu sein genau super assi pro m ist eigentlich gar nicht so schweres spiel wenn man die strecken kennt und das muss ich halt im vorfeld noch mich muss ich mich halt vorbereiten so was habe ich mir hier vor mittelschnell nur unten mittelschnell ja danke vergangenheitswerks was bedeutet mittelschnell ich weiß nicht was das bedeutet oh jetzt haben wir hier noch so asteoiden ich versuche halt immer eine geschwindigkeit am anfang mir zu besorgen und dann im grunde nur noch nach oben korrigieren zu müssen man kann natürlich auch während dem flug noch schneller werden und langsamer aber sobald ich das mache dann ist rip ich versuche so mich durch zu schießen moin tafel ja das ist das ist kein gutes spiel also das ist das ist okay für fünf minuten danach ist es nur noch nervig ja das ist so ein mini spiel collection hier wir sind gerade in der zweiten woche der schwierigkeit grad wird in jeder woche einfach höher wuuhuuu naa oh oh yeah ey ohne lebensverlust durch zwei wochen schon gekommen was kann jetzt noch schief gehen eigentlich gar nichts ey aber jede woche dauert so zehn minuten ungefähr das schon lang so difficulty hard ich glaube auch dass die 16 bit version normale platformer waren aber ich glaube gut waren die trotzdem nicht ein pepsi max mit vanille geschmack gesehen ich habe witzigerweise ich habe mir die tage beziehungsweise gestern hatte ich mir so eine palette mit 24 dosen bestellt bei amazon und pepsi max und da habe ich das gesehen dass es das gibt ja das gibt es wirklich aber ich habe es nicht noch nie probiert so woche drei hier habe ich mir aufgeschrieben äh linke lücke mal wieder aber hier dürfen wir nur noch zweimal getroffen werden vom feuer bisher wurde ich gar nicht getroffen aber ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein das ist das ist das ist oh shit ich habe da was nicht getroffen ja linke lücke man muss äh einen gewissen anteil schaden machen sonst gewinnt man nicht und man muss man sieht das wie weit man vom boden entfernt ist damit man nämlich rechtzeitig in die mitte geht um das ziel zu treffen aber wir haben es geschafft ja da musst du mir mal sagen wie das schmeckt also ich bin nicht der größte fan von ähm vanille und cola gemischt dr pepper vanilla float weiß ich nicht klingt nicht so als ob es mir schmecken würde so äh jetzt kommt wieder der bumper scheiß was habe ich mir aufgeschrieben rechts bleiben da gibt es ein leben gerne auch etwas langsamer sherry und zitrone boah ey doch zitrone gibt es ja auch das fand ich richtig das fand ich nicht gut ne ich glaube ich habe es nicht mit lemon ich muss nochmal gucken aber ich glaube ich habe vanille gesehen ich meine ja genau vanilla cola nicht so meins sowas habe ich aufschrieben rechts rechts bleiben one up gerne auch etwas langsamer warum was warum ich auch immer da hingeschrieben habe gerne auch etwas langsamer wahrscheinlich weil man genug zeit hat okay hier ist das leben aber wir müssen rückwärts fahren die frage ist ob das leben respawn das weiß ich nicht okay das war nicht so geil okay das sah ganz gut aus oder yeah das ding ist warum ich immer so unsicher bin ist man kann auch ins ziel fahren und verlieren ich weiß aber nicht genau wie das zusammenhängt ich glaube das hängt damit zusammen wie viel luft du einsammelst wenn du zu wenig hast in summe verlierst du trotzdem das hat glaube ich nichts mit dem geld zu tun das man einsammelt aber gut wir haben sieben leben und wir sind hier schon wir sind schon hier ich trinke eh nur noch hopfen gin mit thomas henry i made it hey hans wenn du du holst mich ja irgendwann ab oder für diese diese retro convention da oder da kannst du ja mal was mitbringen früher gab es noch von der einkaufsgenossenschaft der kolonial warenhändler oder kaisers tengelmann eine kaffee cola boah das kann ich mir so gar nicht vorstellen gerade ich glaube das war anfang oktober ja wenn es nicht am achten ist habe ich eigentlich zeit äh 20 flaggen müssen wir treffen ich habe vergessen wo man springt man muss nämlich irgendwann anfangen zu springen oh das ist schlecht jetzt ok das war springen huuuuuh shit shit verpasst alles fuck ey dass da auch kein counter mit läuft ne wie viele flaggen man schon hat oh no finish hab ich 20 bitte yeah uuuuh uuuuh retrocon blablub ich weiß nicht wo das war irgendwo süd süd südmitte deutschland oder jetzt wird zeit für knobitoast ey gönn dir 60 bomben brauchen wir jetzt aber ich weiß nicht mehr wo genau ein anweiler wer kennt es nicht ja wir kommen zurück matt ja es läuft ganz gut gerade wir sind noch nicht gestorben und wir sind schon in tag 4 von woche 3 genau spanisch das war relativ kurz nachdem du weg warst fahren wir durch so konzentrieren es wird schneller und äh 60 60 brauchen wir ey das ist viel können wir vielleicht weniger brauchen boah ja es müsste beim anheim sein dieses anweiler oder das große wax weasler community das ist ja eigentlich eher das hans community treffen oder ist ja von dir organisiert quasi so 60 wir können ja mal zählen wir haben jetzt 25 29 ah warum ist das so viel ich würde lieber wieder auf spanisch irgendwas vorlesen Praktik und für die für die 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 Aber in Berlin ist doch auch ständig irgendwas, oder nicht? Stimmt, da haben wir beides abgefrühstückt. Das ist eigentlich ziemlich clever. Jo, Jungwolle. Vielen Dank für das Partyhütchen. Schön, dass du da bist. Wir müssen es eigentlich gleich geschafft haben. Oder 60. 47. 58. Jawohl, ey, das schaffen wir. Slammin' and Jammin'. In Soltau. Ist das nicht da, wo dieser Heidepark ist oder so? Das kennt man irgendwie aus der Werbung, äh, aus dem Radio, oder? Dieses Heidepark Soltau. Lululululul. Aber ich weiß nicht, wo Soltau ist. Ja, äh, okay. Oh Gott, das, wie gesagt, das ist mein Nemesis. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Oben bleiben, dann Vulkan. Dann unten, unten. Und mit mittlerer Geschwindigkeit. Junge, was meinst du mit mittlerer Geschwindigkeit? Okay, Moment. Das war oben. Dann kommt gleich ein Vulkan. Okay, was habe ich mir aufgeschrieben? Unten. Ich möchte nur noch mal anmerken, ja. Diese Notizen, die ich hier habe, habe ich nicht von GameFAQs oder so, sondern das habe ich mir selbst in mühevollster Kleinstarbeit, habe ich mir das mit SafeStates zusammengeschrieben. In der Mitte von Niedersachsen. Okay, das ist dann eher nördlich von hier. Okay, unten. Nö! Alles gut. Bock! Junge, schieß doch nicht! Unten. Äh, unten ein Leben. Wird schon stimmen, wenn ich das geschrieben habe. Okay, ähm. Oben. Fuck. Bin so langsam. Sie haben gleich keine Zeit mehr. Seht das? Habt ihr gesehen, wie ich da so durchge... Ooooooh! Äh, nee. Ich komme nicht aus Niedersachsen. Ich komme aus Hessen. Aus Hessen. Hessen represent. Aber man muss sagen, die Hitboxen sind ganz okay. Ey, dass ich da durchgekommen bin. Ey, wir haben acht Leben. Auf Very Hard sind wir aber jetzt. Vierte Woche. Wir könnten es schaffen. Es ist eher so Südhessen. Äh, glaube ich. Ja, eher Südhessen. Also maximal weit weg von Niedersachsen. Ich habe leider gerade kein Alkohol mehr da, Matt. Du musst leider, ähm, mit Schwib Schwab Zero vorlieb nehmen. Prost! Weil ich muss ja hier, äh, Auto fahren und, ähm, auch fliegen. Das, äh, macht man gemeinhin nicht mit Alkohol. Okay, let's go. 4-1. Äh, links bleiben, habe ich mir hingeschrieben. Nach dritter Flamme in die Mitte. Okay. Okay. Okay, Wax, wenn du meinst. Ich bleibe links. Ähm, okay. Äh, äh, auch. Da hat ein Vogel getroffen. Das war die zweite Flamme. Das ist die dritte. Ja! Äh, der Wax, ne, der ist so cool. Er hat so gute Vorarbeit geleistet. Mein lieber Mann. Ja, das ist ja... Knobibrot und Bier ist eine sehr gute Mischung. Die kann ich nur empfehlen. Südlich von Hessen ist ja auch nur Ausland. Ja, so Baden-Württemberg, Bayern und so. Die sprechen ja nicht mal unsere Sprache. Göteborg? Bist du wieder im Ausland unterwegs? Offensichtlich. Naja, ich bin ja aber wieder in die Mitte. Ich habe ja wieder in die Mitte korrigiert, Joggle. Das darf ich. So, wir haben hier wieder... Das habe ich mir aufgeschrieben. Links bleiben. Langsamer. Nachsprung rückwärts fahren. Für ein Leben. Okay. Let's go. Nice. Ja, wie links bleiben? Willst du mich verarschen? Wie soll das gehen? Nachsprung rückwärts fahren, habe ich geschrieben. Für ein Leben. Wie soll ich da durchkommen? Shit. Man kann auch kaputt gehen, ne? Und das ist dann irgendwie was Schlechtes. Bin kaputt gegangen. Ah! Okay, wir haben ein Leben verloren. Wir haben ein Leben verloren. Aber ich habe auch ein Leben bekommen. Ich hoffe, dass es spawnt jetzt einfach wieder. Oh, nicht kaputt gehen. Oh, was mache ich denn? Oh, bitte leben, sei wieder da. Jawohl! Okay, dann ist alles nicht so schlimm. Okay, jetzt bin ich rechts. Hat das gereicht? Yeah! Ich spiele aber auch echt gut, oder? Bei Wax Fahrkünsten ist es echt besser, dass er Homeoffice macht. Ey, das stimmt nicht. Außerdem kann ich ja auch mit dem Bus auf die Arbeit fahren. Ey, was ist denn dein Problem? Ja! Lohnt sich das eigentlich mal in den Westen zu fahren? Was meinst du damit? Vorgänger zu Flatout? Ja, aber was ich nicht verstehe ist, ich soll ja mein Auto kaputt machen. Aber wenn ich zu früh kaputt gehe, dann ist auch nicht recht. Äh, du willst nicht zu früh zum Abschluss kommen. Ja, das ist natürlich auch wieder richtig. Ne, nicht der Dummy braucht Luft, sondern das Auto. Also für die Reifen. So, äh, wo sind wir jetzt? Wir sind, äh, in 4-3. Das ist 15 Flaggen. Let's go! Uh, whoa! Whoa! Uh, was? Fuck! Oh, mein Gesicht juckt. Fuck, woher mit mir? Juhu, okay. Prost, dreifaches M. Da trinke ich sogar einen Schluck. Alles klar, Noobman. Dann viel Erfolg auf der Arbeit. Schön, dass du da warst. Und wenn du magst, bis Samstag. Da geht es weiter. Die einzigen Weststädte, in denen ich bisher war, waren Augsburg, Hannover und Göttingen. Lübeck soll sehr nett sein. Da war ich gerade jetzt vor kurzem eine Woche. So, neun Leben. 70 Bomben. Wie soll das gehen? Entspann dich mal, ey. Oh Gott. Geh ich mal Pause drücken. Oh Gott. Ey, wenn wir das schaffen sollten, ne? Ich bin ja immer so ein Typ, so was wäre wenn? Dann hätten wir neun Versuche für das letzte Level. Das wäre schon sehr Premium. Wie braucht man denn noch? 23. Oh, noch einige. Noch einige. Warum fahren da Bomben auf den Bändern lang? Was ist die Lore dahinter? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich vermute mal, dass wir diese Bomben brauchen, um andere Experimente durchzuführen. die aber top secret sind. Braunschweig, größer Hannover. War ich in beiden Städten noch nicht? Das weiß ich nicht. Aber moin Grex. Guten Abend. In Hamburg war ich aber auch noch nicht. Tatsächlich. Aber ich vermute, das werde ich irgendwann nachholen. Ich finde halt, aber da wird mir jetzt Joggle wahrscheinlich in die Parade fahren. Ich finde halt Berlin sehr cool. Ich bin super gerne in Berlin. Stimmt, für Bomberman. Das kann sein. Dass da ne Kooperation besteht. Oh Gott. Nicht nachlässig werden. Wie brauchen wir denn noch? 42, 52. Noch 18. Junge. Und ist es denn fertig? Und ist es denn fertig? Ich bin echt glücklich, wenn wir das schaffen sollten. Wir kriegen ja auch so viel Geld. Oder spielt im Jahr 2041 in die letzte Generation. Versucht Autohersteller zu sprengen. Kann auch sein. Bin im Oktober auf der Polaris in Hamburg. Ja, ich glaube halt, ne? Klar, wenn du halt Tourist bist und dann in Hamburg, dann wird es sehr teuer werden. Aber du siehst immerhin ganz gute Ecken, denke ich. Ich bin ganz realistisch. Ich bin in Berlin geboren und werde da sterben. Ich habe nicht so die neutrale Perspektive. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, bin ich super zufrieden. Gut, ich bin auch halt häufig wegen der Arbeit da. Jetzt weniger als Tobi. Aber bin da schon recht gerne. So. Letztes Level. Very hard. Was habe ich mir aufgeschrieben? Unten, oben plus Stein, Vulkan, unten plus Stein, unten. Keine Ahnung. Ich habe mir diesmal keine Geschwindigkeit aufgeschrieben. Das ist aber zu schnell. Das ist viel zu schnell. Das ist viel zu langsam. Habe ich unten aufgeschrieben? Shit, ich bin viel zu langsam. Boah, ich bin viel zu schnell. Okay, keine Ahnung. Wir sind jetzt aber, wir sind jetzt, wir sind, na komm, ein bisschen schneller geht schon. Ah. So, oben. Ich glaube, das ist ganz gut, was wir gerade machen. Ausnahmsweise. Oben plus Stein. Was heißt oben plus Stein? Und Messerstecher rein. Okay. Oben plus Stein. Was meine ich damit? Oh, da ist ein Stein. Nein, nein, nein. Okay. Vulkan. Achtung. Nein. Wo kommt dir das Unwetter her? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Scheiße. Okay. Okay. Konzentration. 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 Ich bin zu langsam, aber ich bin mir nicht sicher. Was kommt denn jetzt? Oben plus Stein. Okay, ich war zu langsam. Oh shit. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mache, wenn ich das hier nicht schaffe. Ob ich noch einen Run mache oder ob ich es gleich aufgebe, aber mal gucken. Ich denke, das ist ein Ungewitter. Ja, das ist schon ein schweres Spiel. Also dieses Minispiel ist schwer, finde ich. Ah, das ist doch pixelperfekt. Okay, was habe ich aufgeschrieben? Stein, Vulkan, aber Unwetter. Aufpassen ans Unwetter. Tafel sagt es schon. Okay. Und dann unten. Du hast Stein. Fuck. Ich sag's doch noch. Unten und Stein. Alter. Scheiße. Junge. Ey, Valentin Elat. Vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ah. Ey, das war gar nicht mal schlecht, ne? Das war sogar richtig gut. Das war sogar richtig gut. Uh. Ich sag's doch ganz mal. Alles war richtig gut. Ich sage ja, das war ganz so. Ich sage ja, der F убbt. Wenn du bist, dann sind ich schon ganz gut. Ich sag's doch eigentlichen. Ich sage ja, der F убbt. Tafel antler. Ich sage. Ich sage ja, der F hoger. Und dann. Ich sage ja, der F fuhr. Und dann. Und dann. Und dann. khnt. Und dann. Ich sage ja, der Fack. Da dachte ich mich. Die in der Fall ist nicht. Ich sage, der Fack. Und dann kann ich wissen, Wir werden gleich Game Over gehen, müssen von vorne anfangen. Oh nein, ey. Scheiße, das ist das denn für eine Kacke. Ey, das ist so schwer. Ja, das ist so schwer. Okay, Moment. Das war oben plus Stein. Und dann Vulkan. Aber Unwetter, aufpassen. Dann, äh, unten plus Stein. Nein. Das gibt's nicht. Das hat nicht gezählt. Das hat nicht gezählt. Was? Ne, speichern kann ich nicht haben. Leider nicht. Okay, das war bitter. Das war richtig bitter. Oh. Ey, wie mich das alles nicht trifft, ne? Okay. 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 Stein. So, vorsichtig sein mit Unwetter und dem Vulkan. Okay. Und ein Stein. Ich hab's nur noch mal spannend gemacht. Aber, ey, natürlich geschafft. Ich mein, das wär ja mal lächerlich. Ja, well done, player one time. You have managed to survive through four working weeks. Pretty smart for a dummy. Den Rest konnte ich nicht lesen. Das ging zu schnell. Aber, hey. Ey, ich hab nie dran gezweifelt. Ich hab nie dran gezweifelt. Du hättest lieber Ninja Gaiden gespielt. Ey, Ninja Gaiden. Ich sag ja, 500 Follower Special. Spiel ich Ninja Gaiden. Ja, danke fürs GG. Ey, das hat mich am Anfang... Also, ne? Das waren... Da waren zwei gute Runs vorher schon dabei. Gerade der eine, der, ne? Wo ich nehmers Ziel geflogen bin. Das war schon ein bisschen unangenehm. Aber, ja, speichern geht halt leider nicht bei solchen Spielen. Äh, auch Passwörter gibt's halt nicht. Gerade die letzten Spiele, die wir alle hatten, waren allesamt so Spiele, wo, sobald du verkackst, gibt's keine Continuous und du darfst von vorne anfangen. Ich mein, zugegebenermaßen, das wär, wär jetzt, keine Ahnung, halt dreiviertel Stunde, die man weggeschmissen hätte, ist noch erträglich. Aber es wär halt schade gewesen, weil, ja, wir halt vorher so gut waren. Aber, ja, ey, das war das Spiel 281. Namens The Incredible Crash Dummies. Ein Spiel, das ich nicht unbedingt empfehlen kann. Es ist so ganz gut gemacht. Also, die Steuerung ist gut. Äh, sie ist genauso, wie man sich sie vorstellt. Äh, die Grafik ist auch ganz okay. Aber der Spielumfang ist halt wieder lächerlich. Das kann man nicht anders sagen. Das kann doch nicht sein, dass man fünf Minispiele macht, die sich dann, äh, ne, einfach nur wiederholen in einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Da bin ich wirklich kein Fan. Aber so gar nicht. So überhaupt nicht. Aber okay. Muss, muss sein. Wir haben's geschafft. Freeze war leider nicht dabei. Der hat ja schon längere, längere Zeit sich das Spiel gewünscht gehabt. Aber so ist es nun mal. Bis dann, Hans. Wir sehen uns morgen bei dir wahrscheinlich. Bis dann, Hans. Bis dann, Hans. Bis dann, Hans. Bis dann, Hans. Bis dann, Hans.